Übung 12 Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin 2007 nach Deutschland gekommen. Wo haben Sie da gewohnt? Zuerst habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt. Leider gibt es da nicht zu viel Arbeit und ich habe keine Arbeit gefunden. Ich war etwas depressiv. Dann hat mein Onkel, er wohnt in Frankfurt, gesagt, komm nach Frankfurt. Hier findest du bestimmt eine Arbeit. Ich bin also zu meinem Onkel nach Frankfurt umgezogen. Haben Sie in Frankfurt sofort eine Arbeit gefunden? Nein, in Frankfurt habe ich erst einmal einen Sprachkurs gemacht. Im Sprachkurs habe ich viele nette Leute kennengelernt. Ich habe auch die Prüfung gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie geschafft. Dann habe ich auch eine Arbeit gefunden. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin ganz zufrieden, aber ich verdiene leider nicht so viel Geld. Vielleicht finde ich noch eine andere Arbeit. Ich möchte gern wieder als Ingenieur arbeiten, so wie in meiner Heimat. Übung 22b Ich habe so wenig Kontakt mit Deutschen. Ich vergesse immer die Wörter. Die Deutschen sprechen so schnell. Ich spreche nicht gern. Ich habe immer Angst. Übung 23 1 Verlassen Vor acht Jahren verlassen Er hat seine Heimat vor acht Jahren verlassen. 2 Viel geholfen Seine Verwandten haben ihm am Anfang viel geholfen. 3 Eine Arbeit gefunden. Hat er eine Arbeit gefunden? Nach dem Deutschkurs hat er eine Arbeit gefunden. 4 Beantragt Die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Übung 27 1 Aktiv Negativ Positiv Schwierig Lustig Lustig Die Staatsbürgerschaft Die Staatsbürgerschaft Die Universität Der Verein 3 Auswendig lernen Wörter Wörter behalten Angst haben Angst haben Fehler machen Übung 4 1 Das Internet benutze ich immer abends. Dann sehe ich Filme aus meiner Heimat. Das deutsche Fernsehen verstehe ich nicht so gut. 2 Ich chatte gern. Ich habe Freunde in Australien und mit dem Internet haben wir immer Kontakt. 3 Im Internet kann man sehr gut Reise vergleichen. Dann muss man nicht stundenlang durch die Stadt laufen. Ich kann alles zu Hause machen, auch einkaufen. Übung 10b Übung 10b Das war's dann, liebe Hörer. Unsere Sendung geht zu Ende. Um 19 Uhr kommen die Nachrichten. Um 19.05 Uhr geht es weiter mit Sport. Und ab 19.30 Uhr hören Sie unser Radioquiz. Übung 12 Wollen wir heute Abend fernsehen? Es gibt einen Tierfilm, den können wir sehen. Es gibt auch einen Krimi. Um Viertel nach 8. Übung 21 Ich denke, dass Handys ungesund sind. 2 Ich finde es gut, dass Kinder im Internet surfen können. 3 Zu viel Werbung gibt. Ich finde, dass es zu viel Werbung gibt. Übung 25 1 Die Medien Das Handy Das Handy Die E-Mail Das Online-Spiel Das Quiz 2 Die Information Das Programm Die Zeitschrift Der Text 3 Informieren Chatten Surfen Speichern Löschen Löschen Übung 3a Samstags mache ich zuerst meine Hausaufgaben und lerne für den Deutschkurs. Ich habe bald eine Prüfung. Aber dann rufe ich meine Freunde an. Wir gehen dann in die Stadt, trinken etwas in einem Café oder gehen ins Kino. Und sonntags? Ja, sonntags koche ich gern lang und gut. Ich probiere dann oft ein neues Rezept aus oder ich gehe spazieren. Manchmal bleibe ich auch zu Hause und lese ein Buch. Übung 11 Hast du heute Abend Zeit? Vielleicht ins Kino gehen? Oder hast du keine Lust? Affären à la carte, den haben wir noch nicht gesehen. Wir möchten zahlen? Ja, gern. Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Sie hatten zweimal Pizza, einen gemischten Salat und zwei Rotwein? Nein, einen Rotwein und ein Bier. Ach ja, richtig. Das macht dann zusammen 28,50 Euro. 30 Euro. Stimmt so. Übung 18c Schau mal, am Sonntag gibt es einen Flohmarkt. Ich habe keine Lust auf den Flohmarkt. Ach, wann ist der denn? Ich suche immer noch eine schöne Lampe für meinen Schreibtisch. Der Flohmarkt fängt um 15 Uhr an. Hm, das geht nicht. Da kommt doch mein Onkel mit Familie zum Tee. Ach ja, stimmt. Aber Papa, guck mal hier. Im Landschaftspark gibt es Spiele für die ganze Familie. Und Live-Musik, das hört sich gut an. Und um wie viel Uhr? Es fängt um 11 Uhr an. Da können wir wirklich hingehen. Bis nachmittags haben wir Zeit. Na gut, dann gehen wir in den Landschaftspark. Übung 19 1 Gegangen Ins Café gegangen Er ist ins Café gegangen. 2 Im Café Ist nicht mehr im Café. Aber er ist nicht mehr im Café. 3 Gegangen In den Park gegangen. Sie ist in den Park gegangen. 3 Übung 25 Übung 25 Die Prüfung Die Deutschprüfung Das Stadion Das Fußballstadion 2 Die Serviette Der Job Das Steak 3 Reservieren Bezahlen Zusammen Getrennt Übung 4 Frau Ahlers, Sie haben einen Sohn. Was macht er jetzt? Also unser Sohn Jens geht jetzt in die vierte Klasse und wir möchten, dass er danach aufs Gymnasium geht. Ist er gut in der Schule? Er hat gute Noten. Nur in Mathematik muss er besser werden. Wenn er eine 2 hat, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Und was möchten Sie denn? Was soll er später einmal machen? Was er nach dem Gymnasium machen soll? Ach, das wissen wir noch nicht. Das muss er entscheiden. Er sagt, er möchte Arzt werden. Dann muss er aber sehr gute Noten haben und an der Universität studieren. Vielleicht verdient er dann gut. Und wenn wir krank sind, kann er uns dann helfen. Aber das dauert ja noch. Übung 12 1 Guten Tag, Frau Kutscher-Rober. Ihr Sohn Philipp hat ein sehr gut in Geschichte und ein gut in Englisch. Oh, das ist schön. Er hat auch sehr viel gelernt in der letzten Zeit. Wenn er so weitermacht, kann er sogar ein sehr gut in Mathematik schaffen. 2 Guten Morgen, Alina. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Deine Noten sind besser. In Englisch gut und in Mathe befriedigend. Wenn du das Abitur machen willst, brauchst du noch mindestens befriedigend in Deutsch. Ja, das kann ich schaffen. Übung 17 Also meine Schulzeit war schön. Unsere Lehrer waren ziemlich streng, aber die Prüfungen waren nicht so schwierig wie heute. Wir mussten auch viel lernen und die Hausaufgaben dürften wir nicht in der Schule machen, aber wir hatten auch viel Spaß. Nachmittags konnten wir verschiedene Kurse wählen, zum Beispiel Basketball, Tanzen oder Schach. Unsere Eltern mussten dafür ein bisschen bezahlen. Manchmal wollten wir aber auch lieber an den Strand gehen und schwimmen, besonders wenn es heiß war. Aber das durften wir nie. Leider. Übung 21 1 Früher konnten die Schüler keine Fächer wählen. Heute können sie viele Fächer wählen. Früher konnten die Schüler keine Fächer wählen. Heute können sie viele Fächer wählen. 2 Frühstück 2 Früher wollten nicht so viele Schüler das Abitur machen. Früher wollten nicht so viele Schüler das Abitur machen. Heute wollen viele Schüler das Abitur machen. 2 Übung 25 1. Mathematik Biologie Physik Chemie 2. Die Hauptschule 3. Die Realschule Das Gymnasium 3. Die Klassenfahrt Der Elternabend Das Taschengeld Der Schulabschluss Teil 1 Beispiel Guten Tag, hier ist die Firma Elektro-Schmidt Sie haben bei uns ihren Fernseher zur Reparatur abgegeben Er ist jetzt fertig und Sie können ihn abholen Unsere Öffnungszeiten sind von 9 bis 18.30 Uhr Ja, und der Preis für die Reparatur ist 102 Euro Ja, und der Preis für die Reparatur ist 102 Euro Eins Hallo Elva Immer dieser Anrufbeantworter Hier ist Susanne Du Elva, wir wollen doch heute Abend ins Kino Ich habe die Karten reserviert Das Kino fängt um 8 Uhr an Man muss die Karten aber schon um 7 Uhr an der Kasse abholen Kannst du das machen? Ich kann erst kurz vor 8 da sein Danke und bis später Zwei Guten Tag, hier ist die Hausarztpraxis von Dr. Schneider Wir sind im Urlaub Am Montag, den 30. August ist unsere Praxis wieder geöffnet In dringenden Fällen können Sie einen Termin bei unserer Kollegin Frau Dr. Schwarz Kaiserstraße 42 Telefon 069 24 43 77 bekommen Drei Verehrte Fahrgäste In wenigen Minuten erreichen wir Hamburg Leider hat unser Zug 20 Minuten Verspätung Sie erreichen noch den Regionalexpress 21408 Richtung Lübeck Abfahrt 8.11 Uhr von Gleis 7 und den Regionalexpress 21008 Richtung Kiel Abfahrt 8.20 Uhr von Gleis 6 Der ICE 705 nach Berlin Abfahrt 8.06 Uhr konnte nicht mehr warten Reisende nach Berlin nehmen bitte den ICE 175 Abfahrt 8.33 Uhr von Gleis 8 Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Lautsprecheransagen am Bahnhof 4 Verehrte Fahrgäste Bitte beachten Sie Wegen Bauarbeiten hält die Linie 4 bis zum 20. September nicht an der Haltestelle Eschholzstraße Umsteigemöglichkeit Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt Haltestelle Technisches Museum Linien 1 und 3 Teil 2 5 Jetzt auch in Hamburg Fitnessline, das besondere Fitnessstudio Eröffnung am 27. März in der Speicherstadt Kostenlose Probestunde, individuelle Trainingsprogramme Wir haben für jeden etwas Und hier noch das Wetter für morgen Im Süden den ganzen Tag Regen In der Mitte Wechsel zwischen Sonne und Wolken Im Norden Vormittag Sonne, am Nachmittag ziehen Wolken auf Am Abend kann es vereinzelt zu Regenfällen kommen, sehr windig Temperaturen nachts bis 9 Grad, tagsüber bis 23 Grad Am Oberrhein bis 25 Grad 7 Es folgen die Verkehrsnachrichten A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Wuppertal Langerfeld 4 Kilometer Stau A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Sprockhövel und Kreuz Wuppertal Nord Nach Unfall 2 Kilometer stockender Verkehr Und hier noch ein Programmhinweis Bitte achten Sie auf folgende Programmänderung Heute Abend müssen der Krimi Polizeiruf 110 Und auch die Talkshow Anne will leider ausfallen Diese Sendungen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen Sie sehen heute Abend eine Sendung zur Fußball-Europameisterschaft 9 Und hier eine Information der Marktbetriebe Am nächsten Samstag ist Feiertag Deshalb gibt es den Wochenmarkt diese Woche am Freitag von 8 bis 19 Uhr Teil 3 Beispiel Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mantel, gern in braun Mäntel haben wir hier Welche Größe haben Sie? 44 Moment, ich schau mal Ja, hier ist ein brauner Mantel in Größe 44 Wollen Sie ihn anprobieren? Ja, gern Naja, eigentlich gefällt mir der Mantel gut Aber 379 Euro finde ich doch etwas teuer Haben Sie noch andere Mäntel in braun? Nein, im Moment haben wir nur diesen Mantel Aber nächste Woche bekommen wir neue Ware Vielen Dank, dann warte ich noch 10 und 11 Guten Tag! Ich habe gestern bei Ihnen dieses Radio gekauft Aha, ist etwas nicht in Ordnung? Ja, es funktioniert nicht Darf ich mal sehen? Moment, hier ist eine Steckdose So, jetzt einschalten Ja, Sie haben recht, da passiert nichts Kann ich ein neues bekommen? Ich habe hier auch den Kassenbon Natürlich, ich gebe Ihnen ein anderes Radio 12 und 13 Guten Tag, Herr Wagner Guten Tag, Herr Lischka Das ist wirklich ärgerlich Die Mülltonnen sind schon wieder voll Ach, schon wieder? Die Mülltonnen sind einfach zu klein und immer voll Die Hausverwaltung muss das ändern Ja, wir bezahlen Miete und Nebenkosten Aber die Hausverwaltung macht nichts Ich schlage vor, dass wir einen Brief an die Hausverwaltung schreiben Wenn Sie Zeit haben, können Sie heute Abend bei mir vorbeikommen Einverstanden Dann bitten wir die Hausverwaltung, dass sie bei der Stadt noch zwei Mülltonnen bestellt 14 und 15 Sakine Yildirim Guten Tag, Frau Yildirim Hier spricht Bianca Busch Ich bin die Klassenlehrerin von Mahmud Guten Tag, Frau Busch Ich rufe an, weil die Noten von Ihrem Sohn Mahmud in den letzten Monaten schlechter geworden sind Ja, das habe ich auch schon gesehen Besonders in Deutsch ist er sehr schlecht Leider kann ich ihm da nicht helfen, denn mein Deutsch ist nicht gut genug Das ist doch nicht nötig Es gibt Angebote für Schüler mit Problemen Ich schlage vor, Sie kommen mit Mahmud einmal zu mir in die Schule Und dann sprechen wir über die Angebote Haben Sie am nächsten Dienstag um 15 Uhr Zeit? Ja, das geht Also dann bis nächsten Dienstag Auf Wiederhören, Frau Yildirim 16 und 17 Hier spricht Helmut Assal Guten Tag, mein Name ist Kurt Waldvogel Ich habe Ihre Wohnungsanzeige gelesen Ist die Wohnung noch frei? Ja, sie ist noch frei Ich habe einige Fragen In der Anzeige steht 450 Euro plus Nebenkosten Wie hoch sind denn die Nebenkosten? Die Nebenkosten liegen bei ungefähr 120 Euro Außerdem schreiben Sie, dass die Wohnung in Landwasser liegt Da sind einige sehr ruhige Straßen Aber die Hauptstraße mit der Straßenbahn und den Bussen ist sehr laut Wo liegt die Wohnung genau? Im Auerweg Sehr gut, da ist es ruhig In welchem Stockwerk ist die Wohnung? Im Erdgeschoss Ach, das ist nicht so gut Ich wohne lieber im zweiten oder dritten Stock Trotzdem, vielen Dank für die Informationen Übung 1 1 2 3 3 4 Übung 2 1 Mit sechs Jahren wollte ich Busfahrer werden, wie mein Opa. Naja, ich habe dann nach dem Abitur Medizin studiert. Jetzt bin ich Arzt und arbeite in einem Krankenhaus. 2 Als kleines Mädchen hatte ich lange Haare und habe immer neue Frisuren ausprobiert. Das hat mir Spaß gemacht und so wollte ich Friseurin werden. Heute arbeite ich als Köchin in einem Hotel. Das ist anstrengend, aber es macht mir auch Spaß. 3 Früher habe ich mir neue Maschinen ausgedacht und habe sie gemalt. Ich wollte sie alle später konstruieren. Ich wollte Ingenieur werden, aber dann habe ich doch kein Abitur gemacht. Jetzt bin ich Mechatroniker. Übung 23 1 Den Termin verschieben Wir müssen den Termin verschieben. Es tut mir leid, wir müssen den Termin verschieben. 2 In ihr Büro kommen Um 10.15 Uhr in ihr Büro kommen Ich kann morgen um 10.15 Uhr in ihr Büro kommen. Übung 25 1 Ich mag Betriebsausflüge. Es ist gut, wenn man die Kollegen nicht nur bei der Arbeit sieht. Man muss auch private Kontakte haben. Dann lernt man die Kollegen besser kennen und die Arbeit macht mehr Spaß. Betriebsausflüge sind eigentlich gut. Aber es ist wichtig, dass alle Kollegen mitkommen. Auch die Chefs. Letztes Jahr ist unser Chef nicht mitgekommen. Er hatte einen wichtigen Termin in Berlin. So hat der Betriebsausflug ohne den Chef stattgefunden. Das war sehr schade. 3 Ich finde, dass Betriebsausflüge manchmal gut und manchmal schlecht sind. Wichtig ist, dass das Programm gut ist. Bei unserem letzten Betriebsausflug haben wir ein Museum besucht. Das war sehr interessant. Aber manchmal machen wir nur eine Wanderung. 4 Betriebsausflüge mag ich nicht. Ich bleibe dann immer zu Hause. Ich sehe meine Kollegen bei der Arbeit oft genug. Es ist doch langweilig, wenn die Arbeitskollegen aus der ganzen Firma auch in der Freizeit zusammen sind. In meiner Freizeit treffe ich lieber meine Freunde. Übung 28 Eins Der Ingenieur Die Pilotin Der Polizist Die Erzieherin Zwei Der Prospekt Die Notiz Die Kopie Das Menü Die Funktion 3 Besprechen Bescheid sagen Reparieren Selbstverständlich Übung 1 1 Herr Bach Wie wohnen Sie? Wir wohnen jetzt sehr schön. Wir haben eine Wohnung in einem Mietshaus im fünften Stock. Die Wohnung ist schön groß und sehr hell. Wir haben auch einen Balkon. Das ist wichtig für uns, denn wir mögen gerne Blumen und wir sitzen gerne im Sommer abends draußen. Der Balkon geht nach Westen und wenn wir abends von der Arbeit zurückkommen, dann haben wir immer noch Sonne. Und hinter dem Haus ist ein Hof mit einem Spielplatz. Unser Sohn kann auch alleine runtergehen und dort spielen. Wir können ihn vom Balkon aus sehen. Das ist sehr praktisch. Wir wohnen sehr gern hier. Zwei Frau Carven, wo liegt Ihre Wohnung? Wie wohnen Sie? Sie liegt ziemlich zentral, ganz in der Nähe vom Bahnhof. Unsere Straße ist eine Einkaufsstraße. Es gibt viele Geschäfte, ganz in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Wir brauchen kein Auto. Wir können alles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Mein Mann fährt mit der U-Bahn zur Arbeit und ich fahre mit dem Fahrrad. Ich brauche nur zehn Minuten. Naja, und wenn wir abends ausgehen wollen oder ins Kino gehen wollen, dann ist das auch kein Problem. Bei uns in der Nähe gibt es drei Kinos und viele Restaurants. Mir gefällt's hier. Herr Müller, wie wohnen Sie? Wir haben früher in der Stadt gewohnt, aber jetzt haben wir Kinder. Zwei kleine Kinder. Drei und fünf Jahre alt. Deshalb haben wir uns ein Haus auf dem Land gesucht, in einem kleinen Dorf. Ich brauche jetzt lange zur Arbeit. Ich fahre fast eine Stunde. Das ist natürlich ein Nachteil. Meine Frau hat Glück. Sie ist Lehrerin und kann in der Schule im Dorf arbeiten. Und unser Haus ist wunderschön. Wir haben einen großen Garten hinter dem Haus. Und die Straße vor dem Haus ist ruhig. Da fahren nicht so viele Autos. Das ist gut für die Kinder. In der Stadt hatte ich immer Angst, dass die Kinder auf die Straße laufen. Hier bei uns ist das kein Problem. Es gibt nicht viele Autos in unserer Straße und die Autos fahren langsam. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier wohnen. Übung 8 Meier-Angermann Die Drei-Zimmer-Wohnung in der Mozartstraße Ja, sie ist noch nicht vermietet. Aber es gibt schon ein paar Interessenten. Gern. Kommen Sie doch heute Abend um 7. Kein Problem. Ich bin bis 8 in der Wohnung. Auf Wiedersehen. Übung 20 1 Quadratmeter 75 Quadratmeter Unsere Wohnung hat 75 Quadratmeter. 2 180 Euro Die Nebenkosten 180 Euro Die Kaltmiete ist 685 Euro. Die Nebenkosten 180 Euro. 3 Das sind 2.055 Euro. Drei Monatsmieten Kaution bezahlen. Das sind 2.055 Euro. Wir mussten drei Monatsmieten Kaution bezahlen. Das sind 2.055 Euro. Übung 25 1 Der Vorort Die Innenstadt Außerhalb Zentral Zwei Die Verkehrsmittel Öffentlich Öffentliche Verkehrsmittel Drei Die Kaution Die Kündigung Mündlich Mündlich Schriftlich Schriftlich 4 Sympathisch Unsympathisch Sich entschuldigen Überraschen Überraschen Übung 2b 1 Welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag, der 5. Juni. Juli oder Juni? Der 5. Juni. Der 5. Juni. Der 5. Juni. Der 5. Juni. 2 Sag mal, kannst du mir sagen, welcher Tag heute ist? Heute ist Mittwoch, der 8.7. Der 8. Juli. 3 Ist heute der 21. oder der 22.? Warte mal. Gestern hatte Lisa Geburtstag. Das war der 20. Also ist heute der 21. Okay. Also ist heute der 21.05. 2012. Übung 6 1 Zahnarztpraxis Dr. Schwindt Akin. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Wang. Ich hätte gerne einen Termin. Geht es auch am Vormittag? Nein, ich kann erst nach 17 Uhr. Gut, dann habe ich einen Termin am 22.09. um 17.30 Uhr. Oh, tut mir leid, da kann ich nicht. Dann erst wieder am 21.10. um 18 Uhr. Sagen Sie bitte noch einmal Ihren Namen. 2 Wo wohnst du? In der Merianstraße. Wenn du von der U-Bahn kommst, dann ist unser Haus auf der linken Seite die Nummer 11. Es ist das fünfte Haus und wir wohnen im zweiten Stock. Okay. Das fünfte Haus, die Nummer 11 und dann im zweiten Stock. Übung 14 1 Unsere Hochzeit war sehr schön, aber es war auch viel Arbeit. Wir hatten Glück. Unsere Eltern haben uns geholfen. Wir mussten nicht alles alleine machen. Wir haben unsere Verwandten und Freunde eingeladen. Das waren 80 Leute. Wir waren erst auf dem Standesamt und dann in der Kirche. Und danach sind wir ins Restaurant gegangen und haben Kaffee getrunken. Ich habe aber keinen Kuchen gegessen. Ich hatte keine Zeit. Ich musste die Gäste begrüßen und dann mussten wir unser Hochzeitsfoto machen. Das hat eine Stunde gedauert. Abends haben wir am Restaurant gegessen. Fünf Gänge. Sehr fein. Und dann haben wir getanzt. Ich habe erst natürlich mit meiner Frau getanzt und auch alle anderen haben sehr viel getanzt. Es war eine sehr lustige Hochzeit. Zwei Meine Hochzeit war nicht so groß. Ich habe nicht so viele Verwandte und mein Mann wollte nicht groß feiern. Deshalb haben wir nur vier Freunde eingeladen und natürlich waren unsere Eltern auch da. Wir waren auf dem Standesamt, haben Ringe getauscht und sind dann essen gegangen. Danach sind wir sofort weggefahren. Wir haben unsere Hochzeitsreise nach Australien gemacht. Das war wunderschön. Übung 20 Sie sind immer so freundlich. Die Hose steht hier super. Ihr Kind ist immer so höflich. Du siehst heute fantastisch aus. Übung 24 1 Ein Feiertag In Deutschland ein Feiertag Der 25.12. ist in Deutschland ein Feiertag 2 Im Urlaub Bis zum 14.03. im Urlaub Ich bin vom 3. bis zum 14.03. im Urlaub 3 Am 8.8. Von meinen Freunden ist am 8.8. Die Hochzeit von meinen Freunden ist am 8.8. Übung 28 1 Die Hochzeitsfeier Die Betriebsfeier Das Jubiläum 2 Die Praline Das Parfüm Die Krawatte Das Geschirr 3 Frohe Weihnachten Frohe Ostern Prosit Neuer 1 2 1 2 2 3 3 5 5 9 10 10 11 11 12 12 Vielen Dank.